wo angegriffen ich dachte gerade du schlägst mich benny zum glück wollen wir haben check vorhin übrigens habe ich festgestellt wir haben letzte woche echt lange aufgenommen das ist viel stunden ach so ihr geht einfach durch das wechsel so wie ich mit controller ich trottel ja moment warum spielst du mit aktuelle spieloptionen tastatur und maus so jetzt da oben ist nichts mehr hier konnte ich nicht machen nein man das so gesehen ist auch nichts mehr ist dann kann man doch weiter gehen könnte immer kurz zurück zum checkpoint muss man gucken wie ich die waffen wechsel ich wollte da oben noch einzeln machen ja da ist doch eh nix wollen wir doch da ist was halt 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 immer das ding weg bitte hier über mir da oben da gibt es noch eins hier noch da ist sonst nix also hier oben ist direkt decke aber wir haben so dass du jetzt gesehen was da oben war wie ist felix eigentlich schon wieder gestorben wurde gerade gefragt wenn sie wissen du gestorben eventuell daran in durch die stacheln gestanden diesen explodiert kannst du es mal wieder wegnehmen das ist einfach nur im wege das ist einfach nur im weg standen mussten drauf rumlaufen das hilft uns da hoch zu kommen da oben steht noch ja du musst vielleicht das schräg machen den kannst du so lassen glaube ich du kannst vielleicht schräg machen dass wir rechts hochlaufen können und nicht einfach nur gerade auf dem boden legen so irgendwie so ja dann können wir jetzt auch hier durchlaufen wir müssen aber erst dort noch was ich wollte es zerstört aber fede ist glaube ich das mehr kaputt gemacht als ich habe mir zugehauen einmal das tut mir leid für mich hätte auch den hammer einfach vorher mal werfen können kannst du einfach eine kiste hinstellen das ist zu steil ich wollte es ja korrigiert aber felix hat mir keine zeit gelassen ich nehme es einfach ein stück nach rechts wir müssen trotzdem allerdings oben noch sachen holen lässt die bäume und pflanzen zu hause so wachsen warum sollte sie so etwas aber prinzessinnen sollten nett und hübsch sein sie sollten sich nicht wie kommen wir jetzt an das hier unten wenn die kannst du mit einem hammer das war's ab das hat er lasst mich einfach hier über uns ist wasser das muss herunter müssen das wasser über uns her bringen die frage ist nur moment man kann dass er drüben kaputt machen da muss wahrscheinlich jetzt einer rüber da oben an die leiter hängen oder ich habe jetzt acht das war schwingen ich wollte nie wechseln da oben an das da was ich hier bewege ja ne wollte ich mich ja gerade alles bin auch verreckt du hast dich aber nicht daran gehängt ja ich wollte es gerade wieder machen es geht nicht du schießt nicht da oben schießt ja gar nicht oder also ich sehe es nicht schießen ich sehe ach so ich sehe nur das ergebnis ok gut zu wissen ja ich hänge jetzt rum und jetzt wollte ich nach oben schwingen ich habe den feuerfall abgeschossen feuerfeil abgeschossen dass die gradations abgeschossen dann muss das gravitationsfeld waren das hin tun sonst kommt das wasser nicht runter dankeschön erst jetzt kommt das wasser runter jetzt kannst du noch mal auf das dinge schießen dankeschön manchmal bin ich auch schwer vor allem du hörst ja auch nicht zu wenn ich dir übersorge wenn ich schon von meiner freundin die ja vielleicht ist das ein problem ich wollte nachher dota spielen ja es ist kein dota autochess sagte doch immer ich habe mich niemand gefunden ich dachte sagt noch was wir wünschen ihn angefunden hat gesagt weil wir noch irgendwas machen kann naja der zauberer ist eine da rechts geht es auch weiter links ist das geheil ist runtergerutscht eben ist das nur ohne mich da kommen ohne mich ich bin tot nein tot bin ich nicht aber ich bin hier gerade in voll die ich werde weitergebrochen wenn ich hier zu lange weg bin weil das zählt runter mal sehen oh mein ich sterb hier oh mein gott mein tapferer hält ich bin ja tot mein geld kann sie mich nicht hochheben ich will jemanden in den stacheln verrecken lumia hat spaß geschafft das schon oh nein das sind ja die das war jetzt nicht so cool heute ist irgendwie der wohnen drehen direkt am start wollen wir noch mal nach links gucken wenn wir sind besser als sonst aber ihr habt ja den schneemann jetzt nicht gesehen ich habe nichts gefunden was man sonst machen kann ich habe den schneemann gesehen ich will den schneemann auch sehen tja du bist schon so weit gegangen ich bin nach rechts runtergerutscht aber rechts geht es immer weiter das weißt du doch du spielst das spielst nicht zum ersten mal ich glaube ich komme nicht auch weil der eis ist wird schon automatisch runter bitte nein ich wollte nicht wechseln tja du mir da ist eis ich bin rechts runtergerutscht ich wollte gar nicht ja ja da ist da oben noch was gell ja da komme ich halt noch nicht ran aber einer oh der ist nehmann ok wieso hast du den jetzt gesehen ich weiß ganz ganz genau so warum habt ihr mich jetzt hier da hinten ist halt noch was wo ist denn noch was da oben au 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 ang wo denn wo man kann das doch laufen ich kann da übrigens nicht laufen ah guck mal an muß giãoann habe ich wusste nicht warum du den schneemann gesehen hast ich dachte du kommst nicht wieder hoch weil eis uns runterrutschen lässt hä wie seid ihr da wieder hoch gekommen mit Und habt ihr noch was am Schneewaden gefunden? Nö, ich glaub nicht. Ich glaub das ist uns auch nicht. Nur mit uns ist übrigens Feuer. Da kommt gleich noch mehr Feuer. Und über uns ist vielleicht was, was du benutzen könntest. Au! Erstmal. Immer irgendwie fangen. Moment mal. Ja, ich steuere euch das hier? Super. Ja, ich steuere das hier. Nö, ich steuere das doch nicht. Schade. Okay, wie komm ich jetzt hier weiter? Ähm. Jawohl. Ich bin oben. Sehr schön. Komplett verdient und so. Oh, leg mir doch nichts in den Weg. Ich will ja auch hochkommen. Oh du 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 du. vom alt und feld. Dankeschön. Sehr perfekt. Wie die Lubi, wie die Lubi rennt. Ich würde dir ja gerne helfen, Mama. Ich verte dir nicht selber helfen. Wie aufem Laufband. Ich hab dis shot, ich hab dis shot. Wie aufmm Laufband genial. Oh oh. ich würde sagen einfach durch ich würde eine kleine kiste auf die teile stellen vielleicht kann ich die blockieren warte mal im hintergrund du musst mal wieder leben wir kommen trotzdem glaube ich nicht da hoch das ist das problem ich weiß nicht wofür der knopf hier ist aber mit wenn ihr was ich habe ein gravidationsfeld erstellt ich mach dir bretter ganz viele bretter damit du auch hier rüberkommst jetzt brauchen wir hier ein gravidationsfeld ach stimmt super das ist alles im hintergrund ja meckert noch alli hallo chris und schöne grüße an euch beide von chris so passt das schon es wird langsamer das ist eher das interessante kann man nämlich drauf springen aber jetzt haben wir diese dinge da oben vergessen welche dinge ich habe die geholt hör doch mal auf die sache auf uns drauf zu werfen das macht aber so viel spaß dann fang ich wieder an mit meinem hammer rumzuwerfen hier ich grüße sie hallo grüße die lumi die macht das gerne oder was mache ich gern das ist wahrscheinlich ein zauberer rätsel oder kann ich ja nie kann ich die piste draufschmeißen hier bewegt sich doch was das sind zwei hände ja jetzt strahlt und jetzt wird das da drüben aktiviert und jetzt kommen wir da das war alles so glück ich probiere noch ein bisschen grüße ich hoffe du hast einen wunderschönen tag und einen schönen abend und ich habe auch nichts dafür dass das ding die winger kaputt ist kannst du dich jetzt schön ah ihr rutscht mann äh ich glaube das ist absekt so ich bin toll aber man kommt auch ruhig irgendwie wenn man es gescheit macht aber wenn man ein schild hat wenn man ein schild ist man hoch halten kann es ist relativ einfach auch nö das ist jetzt fies den haben wir jetzt nicht so gewettet jungs schafft das schon ja nö nö ich wollte ich gerade anfangen anzufeuern dann bist du schon tot ey das war irgendwie 509 um mich rum man bist nun wieder gekommen man bist nun wieder da doch hier drüben ach der muss wieder ja Herr Benni kannst du mal kurz nach links gehen ich bin gleich am Affen verreckt Moment dein PC und dein Fernsehn sind kaputt gegangen wenn es jetzt wieder kaputt hä also im Fernsehstuhl, nicht im Fernseher ähm aber warum? wieso? das ist ja doof was ist das? ich hoffe das regelt sich bald wieder bei dir was ich denn nicht angreifen will das ist echt das ist echt ich ziel grad auf England du nimmst dich du mir denn gemütlich weg und ich darf auf die andere Seite zielen ja und ich hab meinen Spaß beschwerst du dich, hä? oh oh das war ne dumme Idee nein was machst du dann? langsam in den Abgrund gleiten könnt ihr mal kurz hoch springen? da ist ein Button da ist ein Button deswegen ist es doch Mod weil er alles hier ähm warum kann ich ach ich wollte doch mein guck mal hier ist doch ne Leiter das ist ja zwei neue Leiter okay na dann kannst du jetzt da drauf springen ja ich bin hier unten ja aber du kannst du wieder hoch der hat ja grad grad was hingemacht na jetzt musst du hoch hüpfen hat nicht so funktioniert war sehr gut gedacht ich bin hoch hüpft löde Frage wie geht's jetzt weiter? der Schalter ist unten ach der Schalter ist unten ja aber ich kann den Schalter hier auslösen du wolltest den Stream Deck kaufen okay ähm warum das denn? also du musst auch einfach viele von den Sachen einfach mit Hotkeys machen ähm nein das hat Ben garantiert nicht gesagt und ich werde es nicht vorlesen damit er das nicht übernimmt du musst es bei mir schreiben wenn ich irgendwas sagen soll der Schalter macht überhaupt nichts es klingt als würde er klemmen ja das muss dran sein ja pass auf macht gleich bumm ich warte ja drauf ähm hey ich will da mitspielen ich will da mitspielen würde ich äh dich doch gerne lassen Moment ja Benni danke ich hab mit gedacht ja ähm ja da unten wird sich nicht so schön Entschuldigung war's schon wenn man sich ganz an einer Seite schritt geht das schon wieder durch eine Schmiede da Lumi kriegt das mal zu ihr Fässer aufm Kopf quien wenn du da ja kannst du nicht kannst du es vielleicht hochhalten nicht merer runder fallen lassen ich wollte es eigentlich irgendwie bauen das ist ein bisschen so dass ihr halt auch wieder zurückkommt aber ich kann doch zurück schweben ich muss bloß hoch ist aber auch hier irgendwas was man machen kann aber das war wahrscheinlich für vorhin dass man was da durch kommt da hinten ist noch eine kiste er muss noch weiter oder links hoch eine kiste die habe ich nicht gesehen das war ja das war ja das war richtig mitgebracht und danke für die komplimente es ist schon praktischer das ist dann vollkommen okay also namen benutzt hat kein spiel heutzutage ich wollte eigentlich die lumi jetzt weg schieben aber okay so geht's auch mach was für dein geld lumi ich kann den nicht nehmen zu stark ich habe keine ahnung ich verprügel ihn ja schon ja lumi stell dich in das feuer schade das geht nicht mei schmeißt du das nicht auf diesen luftzug den ich gerade benutze erweitern ein bisschen ich weiß nicht was du wirklich erweitert komm ich da höher mit komm ich sogar höher mit oh verdammt das funktioniert halt äh moment äh erst mal hier das da moment ich will so 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 moment die kommen ja ohne dich nicht rüber gell das ist ja klar also schlecht zumindest da ist auch noch ein ding in der mitte auf dem ring drauf ja aber da komme ich so schlecht ran du äh so jetzt habe ich das zumindest mal aber wieso ist Felix jetzt weg wenn ich gerade hier beim aufwerten bin aber wenn ich das nochmal nehme dann tut es das weg machen ich kenne der boden ist lava aber eher weil man das als kind halt gespielt hat ja du kannst das verkeilen wenn du es unbedingt drauf anlegst anscheinend aber es ist relativ schwierig ja ja vor allem wenn ihr noch dagegen was soll ich denn machen ja ich kann da eh grad nichts machen außer sterben doch du kannst dich ja oben dran hängen über dir und dann auf das ding gehen zum beispiel und dann von da weiterspringen ja könnte ich natürlich tun wäre zu einfach ne ja ja ich kann aber man kann von dem Luftzug nicht runterspringen kann das sein ne springen kannst du nicht du kannst nur runterschweben oh ich hab's geschafft dank euch dann komm ich aber da nicht rüber ich bin tot kannst du nicht einfach was unter dich packen dass du dann rüberkommst ich bin tot ja komm du nicht zurück der oben ist ein goblin der kommt jetzt zu euch dann hast du kein Triss genommen Felix er steht übrigens neben dir Domi ich bin tot ich sagte er auch schon froh er hat sich zusammen gesagt ausgewählt aber dann hat er sich gewählt Benni sie wird gleich tot der haut ja immer noch zu wenn ich den ich darf nicht dass der mich zuhaut also dass der mich mich verhaut während ich da drüber bitte äh so wer wohnt in hessen und möchte Domi die Rücken passieren Domi kannst du mal bitte einfach diese Asse das wäre ein Ansager heiler Schwede was ich möchte meinen Fame ausnutzen ja nein ich bin zu früh kann ich dich dann irgendwie unter mich ne ja kann man ja ich komm schon rüber keine sohle mach den nicht wieder den Käfig kaputt mach doch gleich das ganze Viech kaputt ich wills rösten 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 ich wäre fast mit dem Kobold nach oben gekommen aber danke jetzt habe ich den Kobold hier unten ich wills rösten ich wills rösten ich wills rösten das ist nice das kannst du machen ich bin immer noch nicht da aber scheint dass wir noch Freude haben Felix du kannst ein Gravitationsfeld auf das rotierende Ding machen dann ist es einfacher oder auf die Wand oder so zum hochpusten du kannst ja dann viel weiter springen ja total ne also ich merks grad ich kann richtig weiter springen ich sehe nicht was du machst ich versuche grad mit dem Lüftungsding nach oben zu kommen das kannst du wie wäre es wenn du es einfach rechts an die Kante machst und dann mach auch oben dann mach ich euch noch was unten schon dran das wäre viel zu einfach wieso du kommst doch hier voll hoch ja ok ich krieg wieder die Sache aufs Dach ich habe sie ja extra unten runter gemacht ne du hast da oben drüber gemacht aber so mit dem Lüftungsstrom würdest du trotzdem nicht nach oben kommen huiii ist halt schon cool dass wir jetzt alles kombinieren müssen irgendwie ja da oben ist was ja da komm ich nur wieder nicht ran habs ich bin jetzt ein bisschen nutzlos in letzter Zeit echt? ich kann aber hier rüber fahren ohne Schatz ja pack die Sache auf mich drauf gute Idee ja danke tschüss danke Lumi uuuuuh nein es schiebt mich runter das ist ein bisschen lappst du war das ist einfach man du kannst du nicht das ist Lava doch das geht gleich weg das geht gleich weg ich wollte es hier hin machen ja ich bin so geschwungen dass du dich immer so schnell noch umentscheidest so jetzt naaaah da hab ich bei der Aktion fast umgenommen umgekommen ja schmeiß mir wieder Sachen ins Gesicht aber ich bin mit gar nicht dein Hut verbrennt ja dein Hut verbrennt das ist ich tatsächlich ich bin tot ich wollte euch nachkommen du bist überhaupt nicht nutzlos ohne dich wäre ich jetzt nicht rüber ja packst ja perfekt fast lass es doch dran so lass mal ganz viel losen ich glaub Lumi muss das Teil schwingen ach ne doch nicht nö aber Lumi ist bestimmt gut im Teile schwingen Moment mal warum wir Vincent beim Broadcast watchen da ist nix guck mein Twitch-Account Vincent Ups Hilfe Hilfe Lumi 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 ist richtig gut wie hast du mich gerade runtergeschoben wie hab ich es geschafft da hinzukommen du hast mich auch runtergeschoben vor allem ich war grad noch safe ich bin tot verbuggt du bist einfach da du hast also einfach komplett gekillt ich hab keine Ahnung wie ich das gemacht hab schon wieder ich hab nichts getan ich fliege wenn ich wenn ich shift tab drücke sonst wohin was zur Hölle Aua 갑 wie du sprinte ich nicht durch die gegen du hast neue Fähigkeiten dassùng du mal Fall Geschalten слушieren ich hab jetzt wenche Wolle wδα ihr seid ich bin schon drüben wie lass in mir denn ich bin hier drüben ich bin auch gern nachkommen aber es geht halt mehr Schüchg sein wirklichen Sprint Oh gut zu wissen Sie haben so was ich da Schau pension von Sprint verrat dir ich wollte dass ich keinen Sprint hab Durkultur wissen ja gut zu wissen ne du bist dich lustlos ich krieg sein Aber das geht halt nicht. Er guckt sich, wenn er jetzt auch das Ding abkriegt. Dankeschön. Felix ist tot. Warum gehst du auch alleine weiter? Kannst du hier noch mal aufeinandersetzen? Können wir das nicht oben drüber machen? Kannst du immer, ja. Aber das wird nicht lange halten. So. Oh, okay. Das hält doch mal relativ lange. Ja. Irgendwie hält das. Es nutzt halt nix, weil das Feuer da rankommt. Komm mal über. Die Lava mal zu Feuer. Hm. Ist klar. Ihr solltet vielleicht früher noch das anhalten. Äh. Ich bin tot. Ich bin echt wie alles zurück. Och, Mensch. Nehm. Versuchst du einfach. Ich komm doch da nicht so weit. Ja, du bist so englein tot. Von daher Arschleck. Aber ich könnt euch ja wiederbeleben. Oder ihr könnt euch doch selber wiederbeleben. Ah, guck mal. Wir kommen schon. Lumi wir schaffen das hier. still work. Ich versteh mal was. Ja, marms, da würde ich so rumachen. Und tschüss. Oh, lol. Ich komm jetzt,992, dollars. Ah, so bin ich da runter gekommen. Ich kann das ja ganz entspannend. Alles klar, der Sprint ist Awesome. Ich bin tot. Ich kann nämlich im Sprint schon zu bringen. Weil ich doof bin, ja. Jetzt bist du nur was bei mir, weil ich den Checkpoint schon aktiviert habe. Ah, nice.